Als sich die Planeten bereits gebildet hatten, schlug ein großer Himmelskörper, der so groß wie der Mars gewesen sein könnte, auf unserem Planeten ein. Dies war nur ein begrenzter Streifschuss. Das herausgeschleuderte Material schuf dabei die Erde und den Mond, wie wir sie heute kennen. Der Mond soll sich nach dem Einschlag von Taya in nur 100 Jahren gebildet haben. Der Mond wurde damals viel näher an der Erde gebildet. Die Gezeitenkräfte waren zu dieser Zeit entsprechend viel größer als heute. Die damals noch weiche Erdkruste konnte sich zwischen Ebbe und Flut um bis zu 1000 Meter verschieben. Auch die Tageslänge war damals anders, sie könnte kurz nach dem Einschlag bei etwa 6 Stunden gelegen haben.